hey hallo schön dass ihr wieder reinschaut bei uns wir sind gerade mal dabei blüten zu basteln wir haben heute margariten gezaubert und wenn ihr sehen möchtet wie das geht bleibt einfach mit dem zauberstab weiter geht's um solche blüten aus eierkarton zu machen auch mal wirklich leider solche großen eierkartons die kleinen da habe ich auch versucht es mitzumachen bei diesen normalen die 12er packs da geht es einfach nicht weil die einfach anders unterteilt sind also ich habe es versucht könnte auch probieren aber ich denke mal das geht nicht dann müssen wir uns ja zunächst immer diese kleinen vertiefungen ausschneiden da machen wir jetzt hier einfach noch den diese ruckel hier ab das sind später dann ja auch kleine blüten jetzt schneidet man die sich einfach ein und da jetzt mit so einem cutter machen oder mit einer schere schere geht manchmal gar nicht so gut weil die irgendwie schön starr sind dann nimmt man sich ein cutter zu hilfe und schneidet sich hier erst mal vier sonne teile ein dann kann man glaube ich wieder die schere nehmen schneidet sich hier noch mal teile ein also dass man ungefähr acht solche teile hat mal versuchen dass man ein bisschen gleichmäßig hinbekommt und dann werden blütenblätter ausgeschnitten indem man diese teile noch ein bisschen runder macht ein bisschen mehr in form bringt eigentlich schon die ganze kunst man muss immer die blütenform auswählen die man gerade haben möchte blattform jede blume hat ja eine andere blattform und das ist alles ein bisschen übung wenn ihr davon ein paar gemacht hat dann geht das auch rucki zucki probiert es jetzt hier auch wieder gerade das erste mal aus also ich schneide mir hier erstmal immer so ein ganzes teil raus und dann muss man sich ein bisschen zuschneiden geht ja nicht anders da ist ja viel verlust ja das ist ja eine ganze menge das ist ja eh ein abfallprodukt deswegen brauchst du große kartons und kommst mit kleine nicht klar nee nicht weil du so viel wegschmeißt sondern weil diese teile da einfach nicht drin sind in den kleinen eierverpackungen sind da einfach nicht die sind ganz anders geformt die spitzen ab und dann wieder einschneiden ja wenn man das erst in vierer schritte macht ist ja eigentlich wenn man so rein guckt dann sind die ja eigentlich in sovierer teile eingeteilt und dann kann man das aber auch gleich teilen wieder so das sind die zweite blüte die man die wird dann natürlich schon besser ja und die kanten rund machen und jetzt wieder die kanten rund machen also jedes einzelne blütenblatt wieder schneiden wir schneiden hier an dieser stelle auch wenn man dann jetzt zwei davon ausgeschnitten hat die man dann später so übereinander setzt kann man sich überlegen ob man hier in die mitte später mal so ein pompom reinsetzen möchte oder ob man sich hier so ein mittelteil wieder ausschneidet das ist ja hier schon so eine so eine runde fläche angedeutet dann kann man sich so ein kreis ausschneiden wenn man die teile jetzt benutzt dann kann man weniger blumen machen weil das genau von unten von der mitte ist ihr könnt euch aber auch woanders einen kreis ausschneiden geht auch hier ist es richtig angedeutet und dann kann man sich da noch so ein mittelpunkt reinsetzen hier geht ja weil er ein bisschen rund ist aber den pompom würde ich in der mitte durchschneiden schneid die mal durch schnell da die sind aber so kommen dann fallen sie auseinander warum hast du denn die noch durchgeschnitten du musst doch nicht alles war aber nicht hier sagen manchmal lässt man sich hinreißen und dann kommt zum lacher voll ins klo gegriffen ich mach mir erst mal noch ein paar blüten wenn ihr euch dann hier noch blüten ausgeschnitten hat kann man die einfach zusammenkleben heißkleber kriegt ja alles mit heißkleber das ist aber kein heißkleber so ein mittelding kleber ja niedrigtemperatur habe ich jetzt hier aber das ist halt heißkleber mittelpunkt rein und die erste blüte ist fertig jetzt machen wir hier die zweite das ist ja puplig leicht leicht ja das ist eigentlich ganz cool und hier machen wir jetzt einfach so einen Bommel ran ein Bommel, ein Pompom, sieht ohne schlecht aus so ein Pompom ja, so cool aber ich muss dir sagen die anderen sehen natürlicher aus, die hier? ja, Pompom sieht gekünstelt aus was meint ihr dazu? müssen wir also doch noch welche ausschneiden, solche Kreise naja, jetzt zum zeigen können wir das doch erst mal so lassen, oder? ja so, wir sind immer so ein bisschen versetzt übereinander und dann mache ich die hier noch so ein Pompom ach so? erst mal haben, dann kann ich das wechseln so muss ich noch kleiner ne, kleiner darf das Pompom nicht drehen wir um die Kiste, da mach ich mal einen roten Rund ey, auf eine Margariten rot? das geht doch nicht ne ja klar, das ist doch eine Fantasieblume hier ist doch ein bisschen größere Fantasieblume kannst du auch machen, wie das gerne möchte ja, man könnte die jetzt alle natürlich bunt anmalen, wie man möchte ich wollte aber gerne Margariten haben also ihr könnt die jetzt in rot, blau, grün anmalen, wie ihr wollt meine werden jetzt einfach weiß oder ob ich ihnen bunt mache mal gucken so, und jetzt geht man da noch ein bisschen mit Farbe ran meine sollen jetzt hier ein paar weiß werden und ja, ihr könnt euch überlegen, ob er sie von unten und von oben anmalt ich mal das jetzt bloß von oben was macht man damit überhaupt nachher mit so einem Blüten? die kann man jetzt dann nachher als Deko auf Kisten und Schachteln aufkleben oder auch von mir aus auch auf Karten oder auf Dosen oder ja, sowas eben als Deko überall können die dann drauf gesetzt werden oder ihr könnt solche Kränze damit machen manche machen ja Papierblumen auf so Kränze und dann kann man jetzt hier mit Eierkarton Blüten kann man denn Kränze machen oder die Herzchen also diese Blüten kann man jetzt wieder für alles verwenden, wo sonst früher eben andere Blüten verwendet worden sind und jetzt hier halt bloß ein bisschen anders aussehende Blüten aus dem anderen Material mal preiswert und eigentlich auch relativ schnell zu machen also das hat jetzt ja nicht so lange gedauert bei der hier brauche ich ja nur nichts anmalen da habe ich ja den Pompom drin den kann man eigentlich auch ganz zum Schluss draufkleben wenn man alles weiß gemalt hat hier mache ich jetzt in der Mitte die Blüte also den Mittelpunkt hier noch so ein bisschen gelb und hier habe ich doch noch ein paar bunte gemacht und sieht edel aus also mit ein bisschen Farbe sieht das schon wieder ganz toll aus finde ich ja und dann kann man das echt auf Kartons wenn man sich das überlegt auf ganz einfachen Mitteln und dann so edel ja und geht auch ohne Pompoms also sieht auch mit diesen inneren Teilen sieht das toll aus mit diesen Kreisen da einfach so rein gemacht das ist eine ganz coole Variante probiert es also ruhig mal aus diese Teile zu machen und es gibt noch mehr davon also ich finde die ganz hübsch und wie gesagt mit Farbe wenn er jetzt noch ein paar Orange macht ein paar blaue oder was weiß ich wird es ein richtig schöner großer bunter Blumenstrauß für so einen Kranz ich kann mir so einen Kranz damit gut vorstellen mal sehen was wir draußen machen jetzt zeigen wir euch ja erstmal nur die Blüten in diesem Sinne bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein denn wir zeigen euch wie es gemacht wird oder so oder so oder so oder so